Javis, Großbritannien, 27 Jahre alt, Startnummer 5, Platz 8 in der aktuellen Werte mit 10 Punkten im Audi Sport Performance Car. Audi, bitteschön. Ja, und Javis, das ist eigentlich eine, die viel Arbeit machte. Das war ein heftiger, heftiger Einschlag. Also wenn du bei Javis als Mechaniker auf der Logenliste stehst, dann kannst du auch mit dir nur schon ein Kassier. Das weißt du jetzt schon? Das weißt du eigentlich schon im Vorfeld. Nein, das ist der Touranbietfahrer, das ist ein bisschen unrechtlich. Exzellenter Rettfahrer, aber hier ist es nicht. Der Druck ist da, das ist der Wettbewerb. Das Atem beraubt und Schlagabtausch der besten Touranbietfahrer. Der ist also top. Der ist mit dem besten Schatz gegenüber dem DTM Learner. Also in England würde ein großes L in Rettfahrer. Der Hexer des Autos fahrt an die Säge, aber wie schon. Das war ein Rennen-Champion. Und zweimal das Rennen hat er auch. Das war in der Weltfinale. Und dann wusste er schon. Das war ein Sieg. Dann wäre er besser. Vielleicht ist er los. Aber wie ein solcher kommt er uns mit uns vor. Das ist doch schon vom ersten Rennen an, dass er einen Zivildon aus sehr, sehr wohlfühlt. Dass er auch ein Zivildon aus. Ihr versucht das jetzt hier im Duell-Equip, wo die Säge ist auch so viel mehr dabei als der Italiener Emser. Im Übrigen 27 Jahre. Das ist die letzte Chance seiner Karriere, die er mit beiden Händen zu greifen möchte. Das hat er bisher auch getan. Das hat er eben schon gucken. Du hast es gerade schon gesagt. Der ist schon sehr weit. Bei noch, also. Ganz verständlich. Ja, das ist gut. 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 Das ist ein Meta-Gott, sowieso für allen DTM-Fan und Fans Olympiastadion, sowieso. Wir hatten ja alles ein bisschen gestern runtergekühlt, am Start aber schon gesehen, nach dem Bundesliga-Sieferst-Mortara lässt sich auf dem Hauptelbein, mit der 2.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1.1. Genau, der Bontara ist also die letzte Minute. Die muss die Reihe aus der Kategorie. Aber wir müssen alle Seiten. Welche oder die Treppe sind die bereitste Chance? Die müssen die Beine für uns sein. Ja, das sind die Beine für die Autare. Genau. Und das sieht für mich interessant aus, also bei Bontara. Und jetzt in der ersten Minute geht es nicht mehr. mit 8 Uhr jetzt, mit 1,25 Prozent, und das alte in euch, mit Gott sagt, mit 8 Uhr an der in euch, mit 8 Uhr, mit 8 Uhr, mit 8 Uhr, mit 8 Uhr, mit 8 Uhr. Vielen Dank.